22,80 Euro macht es dann bitte. Bitte sehr. Und wie viele Treueherzen bekommen wir jetzt für meinen Einkauf? Treueherzen? Ja. Treueherzen? Ich sag Ihnen mal was. Treueherzen gibt's nicht. Kannst du vergessen. Ausgestorben. Gestern erst, da hat er wieder einen heimgebracht. Denkt, ich merk's nicht. Ich bin aber nicht dumm, wissen Sie. Nur, ich hab einfach keinen Bock drauf. Ich mach da nicht mehr mit. Ich steig da aus. Eine Aussteigerin bin ich. Und wissen Sie was? Ich weiß genau, was der mit der gemacht hat. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher. geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Also irgendwie. Bis zum nächsten Mal.